Am Sonntag, dem 23. April, findet im Meerbadpark an der Büdericher Allee das dritte Meerbüscher Kirschblütenfest statt. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr wird wieder traditionell japanisch gefeiert. An zahlreichen Ständen können die Besucher die Lebensweise und Kultur Japans kennenlernen, wie Ikebana, Origami, Manga zeichnen, Kimono-Anprobe oder japanische Spezialitäten. Auch ein buntes Bühnenprogramm gibt es in diesem Jahr wieder, mit den Mates der Dokomi, einer Kimono-Show, dem Tänzer Hayato Yamaguchi, den Taiko-Trommlern Lion, einer Vorführung mit japanischen Zupfinstrumenten, dem Koto, sowie Auftritten des Kinderchorps der japanischen Schule und dem Chor des städtischen Meerbush-Gymnasiums. Außerdem wird die Herstellung von Mochi, einem japanischen Reiskuchen aus Klebreis, demonstriert. Veranstaltet wird das Kirschblütenfest von der Stadt Meerbush gemeinsam mit dem Freundeskreis Meerbush Shijunawate. Die Stadt Shijunawate in der Präfektur Osaka in Japan ist seit nunmehr 13 Jahren Partnerstadt Meerbushs.